Hallo zusammen. Ich bin ein Kandidat der Wirtschaftswissenschaften, ein Finanzanalyst, Mikhail Beliaev. Im Jahr 2023 werden die US-Behörden beschließen, die Staatsschuldenobergrenze zu erhöhen, damit das Land einen Zahlungsausfall vermeiden kann. Ich habe diese Meinung in einem Gespräch mit Rambler zum Ausdruck gebracht, als ich die Warnung der US-Haushaltsverwaltung des Kongresses über das Ausfallrisiko in den USA im Juli bis September 2023 kommentierte. In den letzten etwa 25 Jahren hat sich das gleiche Szenario über die zunehmende Staatsverschuldung der USA abgespielt. Und wenn der US-Senat die Messlatte nicht anhebt, wird es natürlich zur Zahlungsunfähigkeit kommen. Ein Verzug ist eine Situation, in der ein Land seine Schulden nicht zurückzahlen kann. Die Hauptschuld oder die Zinsen? Und jedes Jahr erhöht der Senat diese Messlatte. Warum macht er das? Es ist klar, dass Amerika immer näher an eine gefährliche Grenze rückt. Das heißt, es ist unmöglich, dieses Spiel unendlich zu spielen, aber solange es weitergeht. Es besteht darin, dass die Schulden jedes Jahr steigen, aber das Ausmaß der amerikanischen Wirtschaft erlaubt es selbst unter diesen Bedingungen, das Produkt so effizient auszugeben, dass es noch die Erfüllung der Verpflichtungen ermöglicht. Aber die amerikanische Wirtschaft hat, was auch immer ihre Effizienz ist, Volumengrenzen, ihre Grenzwerte. Und eines Tages wird Amerika damit konfrontiert sein. Aber das wird sicher nicht im Jahr 2023 passieren. Ich bin zuversichtlich, dass die Staatsschuldenobergrenze im laufenden Jahr erhöht wird und die USA ihren Verpflichtungen nachkommen können. Und es ist aus zwei Gründen schwierig, über die Erfüllung ihrer Verpflichtungen durch die Amerikaner im Jahr 2024 zu sprechen. Erstens wird die Verschuldung, die träge wächst, notwendigerweise zunehmen. Zweitens ist es schwer anzunehmen, was mit der US-Wirtschaft im nächsten Jahr passieren wird. Sie hat sich in diesem Jahr aus Krisensituationen zurückgezogen, aber ob es ihr gelingt, das gleiche im Jahr 2024 zu wiederholen, ist eine große Frage. Zuvor hatte das US-Haushaltsamt des Kongresses gewarnt, dass die US-Regierung die Mittel für die Auslandsschuldenversorgung, wenn ihre Obergrenzen nicht angehoben wird, zwischen Juli und September ausschöpfen könnte. Gleichzeitig versprach der Staatschef, Joe Biden, einen Zahlungsausfall in den USA zu verhindern. Er erklärte, dass die Ankündigung der USA, in Verzug zu geraten, eine Katastrophe wäre. Biden ist der Ansicht, dass der Kongress die Erhöhung der Staatsschuldenobergrenze ohne Bedingungen genehmigen muss, um eine solche Entwicklung zu vermeiden. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leakes und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.